Wir kommen noch mal zu einer Düsseldorfer Band. Fünf Jungs, aber alles Ball-Düsseldorfer. Und sie bringen ein bisschen Musik von Mississippi mit. Und sie nennen sich Blues Packet aus Düsseldorfer. Und wer kennt ihr denn hier? Kennt ihr ihn hier? Das ist der Peter aus dem Porky. So, er ist das jüngste Mitglied dieser Band. Ja, die machen den mal jetzt auf, wenn ich aufhöre zu sprechen. Okay, und wir begrüßen Sie mit einem Tosen und Applaus Musik von Mississippi, Blue Package. Guten Abend, guten Tag, guten Morgen, fröhliche Weihnachten, frohe Finstern. Okay, genau. Okay, genau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020